Pro Holz Steiermark präsentierte am 4. März den genialen Holzjob-Tag 2015. In der Forstschule Bruck-an-der-Mur kamen Schülerinnen aus der gesamten Steiermark zusammen und konnten sich in der Aula an den verschiedensten Infoständen über Ausbildungsmöglichkeiten in der Holzbranche erkundigen und das Arbeiten am Holz selbst ausprobieren. Weiters standen in der Karriere-Ecke Jobcoaches und Experten für Bewerbungsfragen zur Verfügung und man konnte sogar ein kostenloses und professionelles Bewerbungsfoto von sich knipsen lassen. Heute sind über 750 Jugendliche hier in der Forstschule Bruck-an-der-Mur. Pro Holz hat mit dieser Veranstaltung versucht, Jugendliche aus der ganzen Steiermark für die Holzbranche zu gewinnen und allein durch den großen Andrang hier in der Forstschule merken wir, dass Holz ein Zukunftswerkstoff ist und wir wollen die besten Köpfe für diese Branche gewinnen. Wir sind zuversichtlich, dass uns das auch mit solchen Veranstaltungen wie den heutigen gelingt. Nach dem Rundgang in der Schule wurden die Schülerinnen mit Bussen in den Leerforst gebracht. Dort konnten sie Forstarbeiten live miterleben, vom Seilkran über Harvester bis zum Vorwager. Und siehe da, dieser Beruf ist nicht nur was für Männer. Bei der Holzrallye hatten die Schulklassen die Möglichkeit, 300 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen. Dazu bekam jeder ein Holzrallye-Booklet, welches mit Fragen rund um die Holzwertschöpfungskette gespickt war. Nach einem aufregenden und informativen Tag wurde dann vor Ort zu Würsteln und Getränken geladen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017